Ja, herzlich willkommen zurück. Mach ich direkt... War ja. Schrei mir die an. Mach ich direkt als nächstes Video für meinen Gaming-Kanal weiter, weil ich hab da jetzt grad voll Bock drauf. Grafik rein, ne? Ist das so geil? Ich liebe es. Wollen wir nicht? Feldzug. Da hab ich jetzt aber nicht automatisch die Kapitelwahl für den Prolog, oder? Na, schauen wir mal. Sehr schön, dass der Ton nicht mehr so mono ist wie im Intro. Anscheinend. Achso, Herr. Klima-1, haben wir noch unsere Freunde? Achso, wir sind über ein Hornet-Nest. Ich bin auf 9 Kapitel-Ships, ein von ihnen ein Carrier. Also, ich bin auf viele kleineren Targets, Fighters, sieht aus wie 60. Ja, Herr. Herr-Mis Control, Wing Commander hier. Herr-Mis Carrier in sight. Opposition is expected. Moving to engage. Open a comm channel for me. Channel is open. Herr-Mis Flight Group, this is the Captain. You know what was lost. You know how they died. You know who did it. You know what to do. Godspeed. Come back alive. Mhm. Coexistence, not conflict, is the new Grenetan policy according to a spokesperson. Confederation officials are now meeting with the Grenetan to dissuade them of this new approach. Arguing that there was no evidence that the Kirathi have ever honored a negotiated peace. Four weeks after the loss of the Wellington and they still haven't released an official report. No truth in the news and no news in the truth. This is your Captain Crazy Jane speaking. We are just a few minutes inbound to Fort Jackson. Combs still seem to be down, but we should have her in sight just as we pass around the moon. Oh my god! Unidentified shuttle. This is Zulu-1, callsign Jaws. I have radar locked on you. Squawk IFF codes and identify yourself. Shuttle 236 inbound for Fort Jackson for refueling and transfer to TCS Hermes. Well dear, here is the bad news. Fort Jackson ain't there anymore. You better want to hurry. There might be Kilrathi in the area. What? You are still in unsecured airspace, but here is the good news. You are clear direct to the Hermes. Send coordinates now. Coordinates received. Welcome to the Frontlines. Okay. Ähm. Ja. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das jetzt Prolog ist. Ja, wie machen wir das am besten? Wer das lesen möchte, der kann auf Pause klicken. Ich lass das mal so, immer mal einen Moment stehen, festzuhalten. Ich bin jetzt gerade nicht, äh, ja Sir. Nicht so in Stimmung, um jetzt hier so viel zu lesen. Äh, Schritt. Haben während. Und. Jetzt hab ich hier schon ne Fahnen verloren. Das ist doof. Ich suche die Stelle nochmal. Kein und. Ja. Lass mir das nicht drauf gucken. Ja. 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 Was macht hier mit dem Maus Pfeil? Das ich das jetzt hier nicht so alles gut zeigen kann. Aber ich hoffe mit Pause drücken kann man hier nun irgendwie alles einfangen. Ja. Ja. Ähm. Ja. Ja. So weit so gut. Ja. Ja. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Da hat man nämlich das andere Menü. So und jetzt können wir starten. So was. Ja. 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 Ich weiß nicht, die Grafik ist schön, aber es gibt voll eine liebe Geschichte hier. Das sind die Bilder von 25 oder sonst wie Codec-mäßig, dass das nicht so gut gewählt ist, weiß ich jetzt nicht. Ich könnte jedenfalls schöner aussehen. Ja, naja, wir werden das schnell genug herausfinden. Ich transferiere Nav-Data für die Wellington. Wenn Sie bereit sind, nehmen wir diese Kinder zu ihrem neuen Haus. Jetzt sprechen wir noch immer über die Wellington, oder? Das ist wahrscheinlich das erste Mal in ein paar Dekäden, dass sie als Neue bezeichnet wurde. Na ja, sie ist vielleicht nicht der Grund, aber sie hat den Job gemacht. Was das Ganze etwas unschön macht. Was schön gemacht, die Lexington oder Victory. Incoming Shuttle Convoy, this is Wellington Control. Please identify yourselves. Wellington Control, this is Shuttle Bravo Sierra 8-0 and Alpha Romeo 6-1. Requesting permission for approach. Shuttle Bravo Sierra 8-0, you are cleared for landing. Shuttle Alpha Romeo 6-1, give us a second to reset to ALCS and we'll bring you in. Welcome to the TCS Wellington. Welcome to the TCS Wellington. Wann fing ein Bild, zack, das auf einem, zack, erneute Gelächter. Send das bereits. Desweiter bin ich der. So, hier ist sehr viel Text. Was, äh, ja. Diamondbacks. Hat jetzt gerade den Faden verloren. Das lässt sich halt schlecht durchscrollen irgendwie. Good morning, Newcomers. Wie komme ich eigentlich in den Weltraum? My name is Major Boz. I'm the executive officer of this fighter wing and the squadra leader of the Diamondbacks. In case you didn't know, we're in the Oberon system of the Vega Sector. Today, we will be doing basic flight training to understand the ins and outs of using your fighters as well as covering some basic navigational skills. For this exercise, we will be flying the F-27 Arrow. The latest version of this versatile reconnaissance fighter interceptor was recently deployed to active duty, replacing both the ferret and the epi. It's light, fast, and maneuverable. Respect the arrow, and the arrow will respect you. If you recall the technical specifications, the arrow can carry a large number of missiles. For this hop, though, you won't have any. We wouldn't want any of you rookies to go around blowing yourself or your wingmen up, now would we? Sandman, Champ, and Panzer. I'm your instructor for this hop. You other newbies will have one of the Wellington's other veteran pilots as your trainer. Pilots, board your fighters and launch from the Wellington only after you have orders from your instructor. Sandman, Champ, and Panzer. Don't touch anything in your cockpit before I tell you to. Dismissed. Dismissed. You can do nothing, that's right. Alright, pilots. Let's get started, shall we? Yes sir. Affirmative. I was born ready. Okay then. First we will exit the carrier's hangar bay, before we review some basic controls. I have taken over control of your fighters for the moment. Sit back and relax. Wellington Control, we are ready. Request permission to launch. Lieutenant Bredezell here, Major. I will bring you home at the end of your workday. You advise that we have other training wings active in the area. You are cleared for takeoff. Okay. Ich mache das automatisch. Ich mache das automatisch. Wieso geht mein Joystick nicht? Ähm. Hm. Ja, gut. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ah, full guns geht schon mal nicht. You have failed to follow a direct order. I thought you were smarter than this. But, sir. No but, Lieutenant. I'll deal with you later. Return to the Wellington at once. Unable to complete mission. Lieutenant Markham. You will land immediately. Do not deviate from your ports. Lieutenant. What do you think you're doing? If you can't even follow orders well enough to accomplish this simple training lesson. What makes you think you can handle real missions in the future with a combat squadron? Now get your butt back out there again and finish your training. If you screw up again, I will personally throw you into the next shuttle back to your mama. I haven't done anything that I had to do, yes. Good morning, newcomers. I think, honestly, it's a little not so great. Alright, pilots. Let's get started, shall we? Yes, sir. Affirmative. I was born ready. Okay, then. First we will exit the carrier's hangar bay before we review some basic controls. I have taken over control of your fighters for the moment. Sit back and relax. Wellington control, we are ready. Request permission to launch. Lieutenant Bredezell here, Major. I will bring you home at the end of your workday. He advised that we have other training wings active in the area. You are cleared for takeoff. Yeah, then let's do it per turn. Everything is good. Let's see if I can get this better here. Give me the turn and... I have returned the ship's controls back to you, Lieutenant. But I have also accessed your shipboard computers. And they will send you periodic messages. Now, target my fighter, Lieutenant. Nothing more, nothing less. Target acquired. I have a strong lock, sir. Okay, you got it. Keep me targeted. Now, let's review some basic engine controls. But don't touch anything until I tell you to do so. Is this really necessary, sir? We've been over this a thousand times. Not under my supervision, you haven't. And if you were going to fly my birds, I want to be absolutely certain you know what you were doing. I want to move on. I'm not ready to fly my birds. I don't have to fly my birds. No, I don't fly them. I don't fly them. I have to fly them. Okay. Wie war jetzt der volle Schub? Tabulatus Nachbrenner. Das ist ja schon mal alles easy. Volle Schub mit Plus. Das ist ja schon alles. Eigentlich kann er aber 520, oder? Lieutenant Markham, du hast eine direkte Ordnung verfolgt. Ich dachte, du wärst smarter als das. Achso, nee. Raute. Primärwaffe abfeuern, rückschrittes Schiff anhalten. Schalt T, voriges Schiff. Automatische Zielerfassung, H. Alt H. Aber, Herr... Keine Ahnung, Lieutendant. Ich werde mit dir später hinbekommen. Wieder zurück zum Wellington. Unabelt, um die Fission zu beenden. Lieutend Markham, wir werden sofort landen. Wir werden nicht eviaten von deinem Körper. Ja, also, äh... Notfalls... Neustart. Wird das jetzt ein längeres Video? All right, Pilots. Stattprobleme mit dem Tutorial. Yes, Sir. Affirmative. Das ist ein bisschen der Ruf. Oh, warne gut. Okay, then. First we will exit the carrier's hangar bay, before we review some basic controls. I have taken over control of your fighters for the moment. So sit back and relax. Wellington Control, we are ready. Request permission to launch. Lieutenant Bredazell here, Major. I will bring you home at the end of your workday. The advice that we have other training wings active in the area. You are cleared for takeoff. I have returned the ship's controls back to you, Lieutenant. But I have also access to your shipboard computers, and they will send you periodical messages. Oh, damn. Now, target my fighter, Lieutenants. Nothing more, nothing less. Target acquired. I have a strong lock, Sir. Okay, you got it. Keep me targeted. Now let's review some basic engine controls. But don't touch anything until I tell you to do so. Is this really necessary, Sir? We've been over this a thousand times. Not under my supervision, you haven't. And if you were going to fly my birds, I want to be absolutely certain you know what you were doing. Akut. Akzent. Was soll das sein? Ein scharf S. Alt S, oder was? Okay. Understand those commands? Yes, Sir. Yes, Sir. During missions, if you forget any of the controls, the computer can give you a reference to all this stuff again. Okay. F1. Kommen wir soweit mit klar eigentlich? Und nun? An additional command is the match speed order. Target my fighter and then match my speed. Do this now. Mit Alt M. Flight control is set to match speed, Major. Good. Now follow my fighter. Be sure to stay close. Your ship will now match speed with every ship you have targeted, even hostiles until you cancel it. This can be useful for tailing enemies without overshooting them and ending up in front of their guns. Oh, schön und gut. Dann fliege mal. Das ist ein bisschen tricky, das Tutorial. Ich will die Waffen jetzt zuordnen, aber wenn ich gerne alle haben will, das würde ich gerne wissen. Ich wünsche meine Москвinnen und schöne Waffen. Das ist wirkliche zu tun. Das ist darin, dass du das Ziel mitzunehmen ist. Wissen Sie nur für Stabilität der Haupt clamplettung. Du bist ein Vorhab, für die Sрезerienz zu tun. Das ist die Hauptfläte der Hauptfäte. Ich nehme die Stabilität, um 48. Ich nehme die Stabilität, für die sind. Ich nehme die Stabilität. Ich nehme die Stabilität. Ich nehme die Worte, die Stabilität werde zu stellen. Das ist gut. Das mag ich. Das haben wir ganz gut gemacht. Das hier allerdings ist in der Tat ein bisschen im Vergleich zum Original Ring Command ein bisschen zu langfändig und es fehlt dieser Vorbeiflug-Sound. Wie man merkt, das macht das Ganze ein bisschen öder. Alles klar. Hupops, erinnern Sie die Procedure, um nach Nav 2 zu gehen? Ja, Sir. Dann, kusch es wieder. Proceed zum nächsten Wegpunkt. Ja. In deinem Menü ist das so richtig geil rum, rum, rum. Oder da durchgestartet ist. Und hier kommt einfach nichts. Das wäre vielleicht eine Idee, das vielleicht hier auch einzubauen. Und das Ganze hier ein bisschen verkürzen per Patch oder so. Set Kurs zu Nav 3. Gibt es den Händen davon? Ja, Sir. Okay. Halt es wieder. Ja. Proceed zum nächsten Wegpunkt. Ja, das kriegen wir aber schon hin. Ja, das kriegen wir aber schon hin. Hm. Ja. 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 Schön zu sehen, ein Freund zu sehen. Gleich geht's für dich. Wie geht's es? Wir sind in diesem Backwater-System. Die Monotony tendt zu gründen auf dich nach einem Zeitpunkt. Es gibt nichts hier, aber Space-Dust, Asteroid, und Bordem. Wie kannst du sehen, wir haben eine neue Gaggle von Trainings. Vielleicht können sie deinen Tag liven. Also, willst du ihnen einen Authentic Training geben? Natürlich, warum nicht? Cool. Lieutenants, ich habe eure Wehpungen in den Training-Mode gewechselt. Also, Damage und Hits werden nur simuliert. Attacke die Corvette und versuche, dass Hull-Damage größer als 90%. Auf der anderen Seite, Piloten, ihr wird alle verletzt, wenn ihr eure eigene simulierte Intensivität liegt. Die Verwaltung und so weiter, aber das lasse ich hier, glaube ich, besser so wie es ist, weil da habe ich hier keine Ahnung. Was ist das jetzt an Bambach schon wieder? Ja. Hoi. Ich drücke Q, aber passiert nichts. Aber ist auch in Ordnung. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Ich werde ihn nicht schreit. Oh, du wirst. Wir wurden gewünscht. Wir wurden gegen einen Pflebes gegriffen. Sieht sich auf die Wiese zu trainieren. Du hast sie gut gemacht, Major. Wir haben alles zu verletzungen. Wir kommen nach der Wehlas. Wir haben das zu verletzten. Wir haben das gut gemacht. Wir sind gut gemacht, Sandman. Wir haben das gut gemacht. Piloten, bitte gehen die Wehlas nach der Wehlas. Wir sind gut gemacht, David. Ihr Spiel war gut. Du hast auch gut gemacht, Angela. Danke für mich zurück. Wir sind gut. All right, now let's get moving. Ja, nee. Abbrechen. Hier vielleicht Steuerung konfigurieren. Ja, das wäre mal gar nicht so verkehrt. Nächstes Subsystem. Subsystem im Fadenkreuz. Verstehe ich nicht. Cockpit konfigurieren. Achso, da kann ich nur ein bisschen umschieben hier, ja? Oder was? Ah, so Kleinigkeiten, aber ich lass doch so, wie das ist. Das ist schon in Ordnung. Äh, zuweisen. Ja, ähm, holte ich auch gar nicht. Waffen. Ach hier, Schiff wahrscheinlich. Eventuell. Alt G. Gleiten an und aus. Gleiten bei Druck. Waffen. Primärwaffe abfeuern, Sekundärwaffe abfeuern. Umschalten. Einzel-Doppelfeier-Modus. Umschalten. Einzel-Doppelfeier-Modus. Eigentlich nicht so ganz rar, ne? Andere. energie vielleicht kann man das wer sagen im forum vielleicht im wingcenter ich habe ja mal ganz gerne full guns angewendet nächste vorige primärwaffe punkt und komma aha ok sehr schön na gut dann brauche ich da nicht nachfragen auch schön ja dieses tutorial erstmal eine halbe stunde hier mit einigen fails aber na gut weiter biking balken und es balken b w 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 Oh, da musste man ja denke ich reinfliegen, ne? Hoffentlich geht das auch so. Ja. Good job out there, Sandman. Okay. You handle that arrow like an old bro. And you... So. Good morning, pilot. Jetzt möchte ich aber erstmal den Part beenden und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.